Schauen wir mal. Es ist ganz schön lautes Spiel. Ich wollte es mit Real Life aufnehmen, aber ich konnte es nicht. Und ich weiß nicht, ob man überhaupt irgendwas hört. Der Wind ist voll laut. Ich spiele jetzt zuerst mal mit Maus und Tastatur. Und wenn das nicht funktioniert, dann nehme ich einen Controller. Okay. Kirito-kun! Riva! Ich bin so, dass ich noch nicht so lange zurückkehren kann. Hahaha, das ist ja nicht so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke, ich habe es hier. Das ist das erste Mal. Das ist das neue Erie. Ich bin ja, die Welt der Leidenschaft des Lichts und der Leidenschaften der Unkissim-Szimmer. Das ist der Spalt und der Alvheim. Ja, das stimmt. Und jetzt ist es ein Kind, oder? Ich habe auch noch Spaß mit dem neuen Eriein. Ja, ich habe seit Jahren schon ein paar Monaten verwendet, Das war's für mich. Ich habe mich über die meisten von mir gefühlt. Ich habe mich wirklich aufgeregt. Ich bin so schnell, ich bin so schnell. Ich bin so schnell, ich bin so schnell. Ich bin so schnell, ich bin so schnell. Ja, ich bin so schnell. Alles klar. Animation voll gut, jetzt schau dir mal die Grafik hier an. Nichts mehr so toll. Matschig würde ich sagen. Aber Anime-Spiele haben so oder so keine gute Grafik. Ich habe es geschafft. Hier ist der Spalt und der Arbheim. Das stimmt. Mit Blick auf die Maus, dass ich klicken. Waaah! Ich habe es wieder rausgekommen, Papa. Heute sind wir nur zwei? Ich will mir gerade, ob ich das vorlesen soll. Das Problem ist, mir geht die Musik auf den Sack. Ja, ich werde es wieder auf den Sack. Ich denke, das ist so. Yui, hier ist ein neues Erlebnis. Ja, hier ist noch ein neues Erlebnis. Der erste Boden, der Wachstum ist der Wachstum von der Wachstum. Wachstum, der Wachstum von Wachstum ist der Wachstum. Die Wachstum sind ein Stück weit weg und die Wachstum des Wachstum. Das heißt, wir werden auf die nächsten Wachstum. Das ist gut, Yui. Danke, Yui. Ja, hier ist es eine neue ALO-Player. Na, so machen wir es. Ja, genau. Es ist wichtig, dass alles wichtig ist. Dann, ich werde es mir erklären. Bitte schön, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020